Leute, gebt mir kurz eine Sekunde, dann kriegt ihr gleich volle Liebe von mir. Let's go, Leute. Let's go. Link in Discord geht nicht. Welcher Link? Tja, Arschkarte gezogen. Ähm, was banne ich? Senna. Ah, fuck, er will Senna spielen. Dann banne ich, äh, Senna. Kha'Zix, I guess? Nee, nee. Nee, Xaya. SketchUp Experience auf... Ja, SketchUp Experience ist bereits weg. Also, der neue Patch, ich hab nur drei Games gemacht. Ich liebe ihn, Leute. Ich liebe ihn. Jungle im neuen Patch ist actually geil. So, man muss auf Farm achten, man muss auf Gangs achten und man muss nicht nur Crux farmen. Und wenn du scheiße bist, dann bist du scheiße. Und wenn du Rek'Sai spielst, bist du gut. Jetzt ganz ehrlich, Leute, meine Idee ist es, dass Rek'Sai gut ist und dass Hackerim gut ist. Das sind so im Moment gerade meine zwei Top-Jungler. Alter, wir haben... Ich brauche AP-Damage. Wow, ich kann keinen AP-Jungler spielen. I guess, I guess, I guess. Okay, ähm, das lassen wir alles so drinnen. Ich glaube, in den anderen Ruhnen gibt es nichts, was mich interessiert, wenn ich ehrlich sein soll. Echo? Ich kann Echo gar nicht. Elise ist das Ding. Ich bin nicht der Meinung, dass Elise stark ist. Kein Conqueror auf Rek'Sai. Oh, stimmt, das Conqueror wurde... Nee, nee, Moment mal. Ich glaube, ich brauche Conqueror hier gar nicht. Also, pass auf. Conqueror wurde geändert. Conqueror ist besser gegen alles anstatt rein gegen Tanks. Aber hier zum Bursten sollte Hail besser sein. Och, noch der Klapptag. Ey, 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 ey. Halt die Fresse. Tot. 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 Das müsste doch reichen jetzt für ein Level 3, oder nicht? Vielleicht irre ich mich jetzt auch. Reicht das aus? Und jetzt reicht es nicht aus. Oh mein Gott, es reicht wirklich nicht aus. Danke, Riot. Scheiße, ich hätte Grump machen müssen. Dann haben wir mal wieder etwas Neues gelernt, Leute. Riot tut alles, was sie können, um mich zurückzuhalten. Nice. Oh, der hat gescheppert. Wird eh teleport, oder? Kommt der noch an? Nee. Okay, der Dingens macht die Crap. Da aktivieren wir mal... Aktivieren wir mal eben diese Scheiße. Leute, er hat sie nicht gemacht. Du dummer Hund. Warte, cheppt der mich? Nee. Den holen wir uns wieder. Du kranker... Er hat keinen Flash mehr. Oh Mist, den Kill hätte ich actually stealen sollen. Äh, einfach nur, dass ich meinen Tierarmad fertig habe. Digga, Leute, ich bin mindestens anderthalb Level über Jax. Äh, Joinks. Dieser Ripp, ja. Eigentlich wollte ich das nicht counter ganken. Denn Jax macht mir ein bisschen Bada Bing, Bada Bum. Spring mich an, wenn du Eier hast. Komm, spring mich an, wenn du Eier hast. Spring mich doch an, wenn du Eier hast. Ich brauche meinen Tierarmad. Oh, das geht nichts. Oh, ich habe das falsche Minion. Oh, nein! Hello, Tiamat, my old friend. Ich gehe dich leider nicht. Okay, nehmen wir das hier eben auch einmal mit. Ich glaube sogar, actually, habe ich Crux gemacht? Nee, Crux habe ich nicht mal im ersten Kill gemacht. Aber er hat meine Crux gemacht. Jetzt die Frage, hat er das hier gemacht? Oh, Leute. Ich wurde verkauft. Okay, komm, raus, raus, raus. Bevor wir beide reinenden. So, Leute. Ab jetzt dürfen wir Jungle spielen. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Ah, ich betone. Aber wir haben Tierarmad fertig. Finally. Ich bin aussehen auf den Tunnel draufgekommen. Aber es ist okay. So, Leute. Achtet mal drauf. Ich habe wahrscheinlich mehr Camps gemacht als der Jaxx. Ich bin jetzt f***ing hoch im Level. Und wir dürfen eins nicht vergessen. Ähm, diese beiden Camps, die sind gerespawned. Das heißt, das können wir ausnutzen, indem wir Red machen. Äh, äh, Gromp into Wolves. Denn der Gromp ist jetzt endlich was wert. Alter, der Gromp ist so tanky geworden. Holy shit. So. Das können wir uns auch noch. Gleich ist aus für sechs. Sehr schön. Dann können wir uns noch... Ey, oh, der hat Drache gemacht. War einer Drache gemacht. Das ist bestimmt, als ich tot war. Ich hasse es mit Rexha nicht sehen zu können, Leute. Ich bin daran noch gar nicht gewöhnt. Also, ich bin noch eine junge Rexha. Das heißt, wir müssen hier noch einiges lernen mit meinem Beschwörer. Ah, ich komm nicht ran. Boom. Nein, ich mein Assis bekommen. Geil, Alter. Meine Fiora Smurf jetzt auch ab. Wunderschön. Sag mal, ist Krabbe eigentlich noch worth it? Hat right da irgendwas dran geändert? Nee, oder? Ist die überhaupt hier? Doch, sie ist hier. Oh. Outplayed bei Krabbe. Oh, warte mal. Oben ist ein Fight. Da komm ich nicht rechtssichern. Das Jacks, du... Ja. Ah, Mist. Lol, er Tabi fertig. Ja, okay. Kein Wunder, das ist ihm so, wie ich damage gemacht habe. Leute, ich schmock diesen Jacks nicht. Ich will aber trotzdem ein Level überheben. So, auch wenn seine Ganks erfolgreicher sind als meine. Schwörst euch. Yes. Good job. Good job. Ninja Tabi. Welche Jungler sind gut? Habe ich nicht zu viel Erfahrung mit. Um mir das jetzt hier wirklich richtig beantworten zu können. Aber ihr bemerkt halt, ne? Er war an sechs Kills beteiligt. Ich nur an drei. Und ich bin halt leveltechnisch komplett am Upsmurf ihm gegenüber. Äh, Team? Wo ist die Jenna da? Digga, was ist das für eine... Kenn ich, Mann. Ich weiß ja nicht mehr, wo die drinnen sind. Warum habe ich Senna nicht? Ach ja, stimmt. Er wollte Senna nicht spielen. Leute, deswegen banne ich immer Senna. Es sei denn, wir sind First Pick. Oh, sexy. Meine Nippel. Diese Nippel, Leute. Die haben Bock auf mehr. Okay. Warum ist Rangliste noch verfügbar? Wir sind in der Preseason. Du kannst jetzt im Moment nur MMR fangen. Das Ding ist einmal ganz wichtig zu securen. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Okay, ich habe es mir anders vorgestellt. Ah, ich habe vergessen. Ich habe internen Cooldown. Ich hätte ihn so normal bearbeiten sollen. Mit, 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 mit. Mit nicht ausgegraben. Und danach mich weggraben zurück. Weggraben zurück? Ihr wisst, was ich meine. Actually, Leute. Ich bin ein super Fan von diesem Item hier. Super Fan. Guck mal, dass ich jetzt zum Beispiel die ganze Zeit nicht mal Jungle gefarmt habe. Ist super scheiße für mich. Denn jetzt sind alle meine Camps unterlevelt. Und das ist scheiße. So, das Camp ist zum Beispiel noch Level 7. Wollen wir den noch an? Ich komme halt nicht an. Lol. Oh, mein Gott. Das ist so an... Oh, oh, oh. Das war richtig unlucky, dass Talon genau dann weggegangen ist. Alles gut. Hätte ich pingen sollen. Oh, ich int auch gerade voll rein. Hä? Ist der weg? Oder habe ich verfehlt? Äh, Joinks? Warte mal, wo resetet der jetzt überhaupt? Ich werde auch mal versuchen, diese Objections abzuholen. Na egal, drauf geschissen. Digga, Leute. Ich bin fast zwei Level dem Jax gegenüber ahead. Und soll ich sagen, wo das Problem ist, es existiert keine Ketchup Experience mehr. Das heißt, Leute. No Ketchup. No Ketchup. Just sauce. Raw sauce. Guck mal, ich kann so viel enden, wie ich möchte. Einfach, weil ich besser Jungle farme, kann ich nicht mir einfallen. Toll, Leute. Wir sind zwei Level über ihm. Let's go. Ich hasse Senna. Ich glaube, wir werden nichts sehen, Leute. So, wer spielt schon einen Champion, der nicht sehen kann? Warte, falsch bei euch. Uh. Das hätte ich scheppern können. Ich glaube, der Jax wird nie wieder Recover on Level, technisch. Guck mal, Leute. Ich bin immer noch zwei Level über ihm. Und sind wir ehrlich, ich wurde bis eben hin komplett outjungled von ihm. Ja, okay. Aber macht er auch noch, oder? Nee, macht er nicht. Egal, könnt ihr Drache machen. Geht das? Das heißt, Lake Game Jungle jetzt besser? Nein, 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 nein. Das heißt, Counter-Junglen lohnt sich jetzt wenigstens. Warte mal, ich sehe sie nicht mal, wenn ich sie markiere? Ey, das ist doch ein Joke. Das deckt ihr doch auf, oder nicht? Hä, oder bin ich blöd? And revealing non-stealth enemies. Was ist das? Danke, Leute. Ich bann Senna jedes Game an. Ich bann Senna einfach jedes f***ing Game. Äh, äh. Hä? Jo, nice Selfie, die ihr da habt, Boys. Hä? Okay. Die haben sehr viel Heilung. Ja, so. Also, hier steht ja non-stealth. Physical damage and revealing non-stealth enemies. Ich müsste jeden eigentlich sehen. Also, zumindestens, ne, Wukong kann ich nicht sehen. Kha'Zix kann ich nicht sehen. Shako kann ich nicht sehen. Ich komm hier halt... Leute, eigentlich bin ich gar nicht weak. Ne? Ich hab voll gute Items. Ich bin auch voll gut dabei im Level. Ich komm hier aber super schwach vor. Lol. Unser Talon smurfed einfach Toba. Oh, die ganze Familie ist wieder hier. Let's go. Äh. Man, ich intere rein, Leute. Das ist doch doof. Das ist doch doof. Ich hätte fast den 1-8-7-Traum leben können. Ich komm halt nicht ran. Ich komm halt legit nicht ran. Und die heilen sich auch noch nebenbei um eine Million hoch. Okay, Senna... Leute, heute ist Senna... Heute ist Senna für... Äh. Für heute ist Senna Permaband. Ach, Sack. Ah, komm, das ist over. Senna ist Permaband. Leute, ich bann... Ich bann sie eigentlich immer. Aber mein ADC hat sie gehavert und wollte sie spielen. Deswegen dachte ich, komm. Scheiß drauf. Aber ich bann sie jetzt trotzdem. So, auch wenn ich selbst Bad gespielt hab, dieser Champion gibt mir Cancer. Oh, ne, ich... Komm, Leute. Talon war echt gut. So, auch wenn ich selbst Bad gespielt habe.